So Leute, hi, na? Ich kenn dich nicht, seh dich nicht, wie ist dein Name? Warum will der mich betatschen? Ich weiß es nicht. Aber okay, wir holen uns schnell die Kiste. Okay, nice, schonmal ein Holzschwert. Das ist schonmal etwas Gutes. Etwas Positives, und das Modul ist relativ einfach, sag ich mal, ne? Kann ich mal... Hallo? Eieiei, was war das denn? Wäre ich jetzt bei dem Jump noch runtergefallen? Ich hab mich geschlagen. Okay, da muss ich an die Seite, da ist ein Leiter, okay. Was? Verdammt. Okay, wir sind wieder total schlecht. Hey, wir sind schon wieder mit diesem Aim-Tiger in einer Runde. War der nicht eben auch... Ja, der war eben auch mit uns in einer Runde, soweit ich das mitbekommen hatte. Okay, das Modul hatten wir doch auch eben, oder? Ja, das hatten wir eben auch, stimmt. Stimmt, stimmt. Okay. Hier oben ist wieder die Kiste, genau. Wieder ein Holzschwert. Oh Mann. Okay, nice. Und zack. Und zack. Das läuft schon mal auf jeden Fall um einiges besser. Das Modul hatte ich auch, als ich offscreen ein bisschen gezockt hatte. Soweit ich das noch weiß, oder? Ne, ich hatte das nicht. Aber das ist ein abgefucktes Modul. Ich weiß, ich kenn's auf jeden Fall. Das ist ein falscher Weg. Hier lang. Dann dort hoch. Dort hoch. Dort hoch. Hier. Hier. Okay. Okay, da ist die Kiste. Nice. Wieder ein... Diesmal muss ich aufpassen, dass ich keine Quip wegwerfe, was ich noch... Na, wegwerfe, was ich noch brauche. Das heißt, einen Helm, falls ich noch keinen habe. Aber ich hab einen Helm. Ich glaub, ich hab gerade ein Goldhelm bekommen. Dein Ernst? Ich bin da nicht echt gerade noch runtergefallen. Was? Als ob dieses... Ah, Mann. Nein. Nein. Oh, nein. Das ist nicht wahr, Alter. Verdammt. Ich bin auch... Ey, ich bin aber auch echt gut, ne? Muss man ja sagen. Ich bin echt ein Overbrow in diesem Spielmodus. Ich war noch nie so gut in einem Modus. Wie in dem hier. Zack. Nice. Okay, gut. Das Modul kenn ich auch noch. Das ist total abgefuckte Kacke. Ähm. Nur wegen diesem Jump. Nur wegen diesem Jump hier. Okay. 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 Man muss ja auch... Hier hin und dann hier hoch. Nice. Okay. Da ist die Kiste, die wir nicht haben. Oh mein Gott. Ist das gut. Das Equip. Nein. Ist das kacke. Aber wir haben eine Eisenachse, Leute. Okay. Nice. Und... Nein. Das kann ich wahrsteigen. Okay. Aber im Moment schaffe ich diesen Jump. Okay. Nice. Gut. Okay. Ich weiß nicht, wie weit vorne. Wir sind... Wir sind immer noch nicht weit vorne, Alter. Als ob die dieses Modul alle schon gepackt haben. Das ist ja auch cool. Da mal hoch. Da mal hoch. Und dorthin. Okay. Die Eisenplatten markieren den Weg, wie es aussieht. Okay. Ich hoffe... Die Truhe ist da hinten irgendwo. Und rüber. Okay. Nice. Ja. Hier ist die Truhe. Schöne Sache. Schöne Sache. Dort rauf. Oh mein Gott. Das ist nicht euer Ernte. Was habt ihr hier denn für scheiß Jumps eingebaut? Okay. Soll ein Esel sein? Äh, nee. Esel. Hirsche. Oder so. Nein. Damn. Okay. Zack. Zack. Und zack. Aber ich bin wieder ganz gut dabei. Ausnahmsweise mal. Ah, okay. Ich glaube, da ist der Shift-Liter-Jump nicht unbedingt vom Vorteil. Ich glaube, da sollte ich irgendwie... Nein. Huhuhuhu. Bin ich oben? Nee. Oh Mann. Verdammt. Ich dachte, ich bin dran. Weil ich nicht mehr auf der Leiter stehen konnte irgendwie. Okay. Gut. Okay. Nice. Okay. Das hat funktioniert. Nice. Kiste. Eisenachs. Noch eine. Ich habe jetzt zwei Eisenexte bekommen. What the fuck? Nice. Oh, okay. Ja, okay. Okay. Das funktioniert ja schon mal scheiße. Aber wir haben an sich echt gutes Equip. Das heißt, ich beschwere mich auf jeden Fall schon mal nicht. Und den Jump habe ich jetzt auch schon wieder hinbekommen. Das ist schön. Zack. Nice. Okay. Nice. Nice. Nein. Okay. Aber irgendwie schaffen wir das schon. Ich weiß nicht. Vielleicht nehme ich auch... Wenn die Runde zu lang wird, nehme ich auch vielleicht nur diese Runde hier. Wir sind bei sechs Minuten. Das heißt, wir sind jetzt bei 16 Minuten oder so. Ich habe jetzt keine Ahnung. Das ist ein Mann. Aber wieso bin ich entspannt, hä? Okay. Weiß ich nicht. Ich würde diese Frage gerne beantworten, aber ich kenne dich nicht. Mann, ich hasse dich. Weil 7G im Alphabet ist und nicht 8. Hä? Wir hatten das... Hä? Moment mal. Ich, Adi, Adolf. Nein, 8, 8, GG. Oh lol, 8, 8 ist G... Was? 8, 8 ist GG. Natürlich ist es 8, 8 GG. Und nicht irgendwie... 8, 8, H, Heil Hitler und so. Nein, 8, nein. Geh mich zu diesem Gedanken. Äh... Weil er einer ist und andere mitziehen muss. Er muss... Okay. Hopp. Zack. Mann, wieso schaffe ich diesen Jump? Okay. Äh, einen Helm haben wir. Okay, gut. Das haben wir auch. Okay. Als ob ich das gerade weggeschmissen habe. Ich dachte, ich habe es angezogen. Haben wir eine Angel? Wir haben eine Angel. So, zack. Okay, wo ist... Da ist ein Gegner. Oh Gott, hat die viel ausgehalten? Oh Gott. Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Ich habe mich... Aua. Umgebracht. Ich habe mich gerade voll gegen mein Mikrofon gelehnt. Okay, der war afkar. Kann mir jemand einen geben? Eine geben? Eine was geben? Eine Klatsche? Klar, die kannst du haben. Sind die Gegner? Da ist er. Da sind sie. Wieso renne ich hier lang? Ich hätte sie auch einfach von der anderen Seite abfahren können. Wow. Komm, das ist der mit den Diamantschuhen. Den kriege ich. Okay. Ich lehne mich die ganze Zeit voll gegen das Mikrofon. Nice. Okay, den habe ich. Der ist da nicht wirklich... Der ist da wieder gespawnt. Oh, Kacke. Okay, er hat mich natürlich geklatscht. Ich bin den ganzen Tag gegen mein Mikrofon gekommen. Das hat mich total abgefuckt. Okay. Oh Gott, die... Ja, TNT, nice. Ein Eisschwert ist... Wieso nehme ich nicht das Eisschwert? Dann kann ich jedenfalls blocken. Okay, da ist wieder einer. Komm, Michi. Stirb, nice. Oh Gott. Nicht deine Ernte. Als ob ihr hier seid. Das ist ein Eisschwert. Das ist ein Eisschwert. Untertitelung des ZDF, 2020